Wir brauchen mehr Content, unsere Follower langweilen sich doch schon wieder. Boah, wir könnten ja mal zur Abwechslung TikTok-Tänze ausprobieren. Boah, nee, ey, ich hab schon gar keinen Bock, mich schon mehr zum Affen zu machen. Ja, kein Problem, wir machen das. Ist ja nicht jeder für die Kamera gemacht, ne? Außerdem haben wir sowieso so ein bisschen Angst, dass ihr euch versprecht. Ihr seid ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Also ich weiß jetzt überhaupt nicht, was die da meinen, ja? Also ich find mich ja echt super lustig und so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Gut, Philipp muss mal ein bisschen aufpassen, ne? Der hat sich heute schon wieder an der Tumfischdose verletzt. Wir brauchen irgendwas Lustiges, was unseren Office-Alltag zeigt. Ja, irgendwie so wie so eine Sitcom oder so. Ach so, geht schon los. Ja, ich glaube, es kann ganz gut funktionieren. Leute, ich sag euch, das wird eine 10 von 10. Das wird einfach anders slappen, wirklich. Wir freuen uns. Freuen uns. Schauen wir, was wird. Was wird. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.